dass die Bienen sich vermehren. Das Schwärmen der Bienen ist ja eh total spannend. Da wird aus einem Superorganismus zwei. So ein Bienenvolk vermehrt sich ja nicht wie irgendwelche anderen Tiere, sondern das funktioniert noch wie so bei der Zellteilung. Also das Gesamtwesen halbiert sich und bildet dann ein neues. Das ist total verschickt. Also die ziehen sich ja jetzt an neue Königinnen ran. Die werden dann von den Drohnen begattet, die sich jetzt hier auch ranziehen, schon in den Zellen. Die Königinnen schwärmen dann mit der Hälfte des Volkes raus. Nach wie vor kann keiner sagen, was die antreibt, zu sagen, jetzt schwärmen wir. Oder das ist ja auch nicht die Königin, die sagt, jetzt alle los oder so, sondern ja, faszinierend auf jeden Fall. Ich finde eh auch immer krass, wie die so glänzen. Gönnt euch, was das für, was das einfach für krasse Tiere sind, Alter. Das sind die kleinen Babybienen sozusagen. Da ist schon ein dicker Wurm drin, Bruder, Alter. Boah, das ist schon richtig geil, Kollege. Boah, hier ist schon mehr los, Alter. Ach, Bruder. Da drin sind die ganzen Arbeiterbienen. Da drin sind die ganzen Arbeiterbienen.